Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Lange und Lohnsame Vermögensberatung. Mein Name ist Thomas, ich bin Vermögensberater und in den nächsten wenigen Minuten will ich dir kurz erklären, was ich so treibe und was du hier auf diesem Kanal erwarten kannst. Als Vermögensberater berate ich deutschlandweit Privat- und Gewerbekunden, indem ich ihnen Finanzkonzepte erstelle. Finanzkonzepte, die Versicherungsprodukte, Wertpapierprodukte und Finanzierungsprodukte enthalten und zwar so, dass diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und wie Zahnräder ineinander greifen. Auf diesem YouTube-Kanal werden regelmäßig Videos hochgeladen, in denen ich Versicherungsprodukte, Finanzierungsprodukte und Finanzprodukte erkläre in ihrer Gänze und in ihrer Einfachheit. Einfachheit heißt, ich versuche, dieses Versicherungs- und Investment-Deutsch herunterzubrechen auf Verspauchersprache, so dass du am Ende es für dich nachvollziehen kannst, verstehen kannst, das Produkt und beurteilen kannst, ob es für dich in Frage kommt oder ob es überhaupt nicht für dich relevant ist. Du bist nach diesen Videos, wenn du die gesehen hast, kein ausgebildeter Finanz- oder Versicherungsexperte. Vielmehr geht es darum, dich vorzubereiten auf ein Gespräch mit einem Fachmann, um im Gespräch kritischer Fragen stellen zu können, Dinge besser nachvollziehen zu können und nicht völlig unvorbereitet in diesem Gespräch zu sitzen. Meine Eltern haben immer gesagt, du lernst für dich und nicht fürs Leben und genau darum geht es in diesem Kanal. Es geht ja darum, dass du Dinge lernst, weil es dir leider in der Schule nicht beigebracht wurde, dass du Dinge nachvollziehen kannst und für dich besser beurteilen kannst. Wenn du wissen willst, was jetzt zum Beispiel wirklich von dieser Riester-Rente zu halten ist, weil du keinem mehr glauben kannst, weil jeder was anderes erzählst, dann könntest du zum Beispiel dir das Riester-Renten-Kompendium bestehend aus vier Videos anschauen. Da wird die Riester-Rente in aller Ausführlichkeit komplett erklärt. Das gleiche zum Thema Berufsunfähigkeit. Es gibt auch ein Berufsunfähigkeits-Kompendium, bestehend aus sieben Videos, in denen wirklich die Berufsunfähigkeitsversicherung in aller Ausführlichkeit mit Klauseln etc. komplett erklärt wird. Das gleiche wirst du finden für Investmentprodukte, für andere Versicherungsprodukte, damit du für dich beurteilen kannst, brauche ich, brauche ich nicht, ist relevant, habe ich verstanden, habe ich nicht verstanden. Wenn du die Videos, die dir hier siehst, für gut befindest, wenn dir gefällt, was du hier siehst, wäre ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du den Kanal abonnieren würdest und am besten auch noch die Glocke drückst, weil, wie gesagt, jeden Monat hier, jeden Monat, jede Woche hier Videos hochgeladen werden und wenn du die Glocke gedrückt hast, dann wirst du keines dieser Videos mehr verpassen. Bist du interessiert, dieses Wissen auch täglich in kurzer, prägnanter Form zu erhalten, dann folge mir gerne auf Instagram oder auf Facebook. Die Links habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort werden täglich leicht verständliche Versicherungsdinge erklärt, Finanzsachen dir erklärt, Finanzierungsprodukte erklärt oder auch Strategien, wie du vorgehen kannst, um gewisse Dinge für dich umzusetzen, wie du Vermögensaufbau betreiben kannst, Altersvorsorge, alle diese Dinge, alles, was mit Finanzen zu tun hat, wirst du in diesen Posts erklärt bekommen, genauso wie in diesen Videos. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß auf meinem Kanal. Klick dich durch. Hast du Fragen, schreib mir eine Nachricht, schreib es unten in die Videobeschreibung. Alles, was geschrieben wird, wird auch beantwortet. Das ist mein Versprechen an dich. Zeitnah wird es beantwortet. Ich wünsche dir alles Gute. Lass es gut gehen und immer einen klaren Kopf und einen Weitblick bei deinen Versicherungen, bei deinen Finanzen, bei deinen Finanzierungen. Alles Gute, viel Spaß. Tschüss.